Hallo, wir sind hier im G-Hotel in Essen. Ich bin hier zum Barcamp Ruhr und weil ich noch einen Gutschein hatte von TUI, den ich da einlösen konnte, habe ich mich heute mal hier eingebucht. Untergekommen bin ich im Zimmer 603 auf der sechsten Etage. Ja, das Zimmer ist recht hell, auch recht modern eingerichtet. Großes, bequemes Doppelbett. Das Zimmer an sich auch recht groß, ausreichend Platz, Schreibtisch, Stuhl, kostenloses Wasser, großer Fernseher, der wohl hier eh immer ausbleiben wird bei mir. Ein richtig großer Kleiderschrank, da passt auch was rein, da kann man jetzt auch mal für ein paar Tage länger hier bleiben. Mein Koffer habe ich davon reingestellt und Badezimmer mit Dusche und ebenerdiger Dusche, also alles recht modern. Toilette, Waschbecken, Föhn, alles da. WLAN ist auch kostenlos verfügbar. Das Hotel ist 6-7 Minuten Fußweg vom Hauptbahnhof in Essen entfernt. Die Zimmer sind natürlich auch klimatisiert und auch hier wieder wie in vielen Hotels, man muss die Schlüsselkarte in einen kleinen Slot stecken, damit man Licht hat. Ansonsten positiv überrascht, sehr schönes Hotelzimmer. Preis-Leistung würde ich sagen, stimmt. Für ein 3-Sterne-Hotel kann man da echt nicht mehr da meckern. Das G-Hotel in Essen.